So, nach anfänglichen Startschwierigkeiten dieses Spiel aufzunehmen und übrigens schon die zweiten Startschwierigkeiten mache ich es jetzt ein drittes Mal und jetzt wird es klappen, weil jetzt habe ich das Aufnahmeprogramm richtig eingestellt. Also ich habe eigentlich beim zweiten Mal gesagt, wie es sich für jeden Weibo gehört. Ich bin kein Weibo, auch wenn die Beweise dagegen sprechen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben irgendwie drei Anime gesehen vielleicht, oder vier, wenn es hochkommt. Wenn man Pokémon und Yu-Gi-Oh! dazu rechnet, sind es glaube ich vier. Ja, ich finde Anime eigentlich gut, nur das Time Commitment, welche zu schauen, ist halt immer genauso wie bei normalen Serien, halt immer so eine Sache. Aber ich habe mir gedacht, ich kann nochmal probieren, ein bisschen Abwechslung in den Let's Play-Katalog bringen, in meinen Let's Play-Katalog und ein Graphic Novel spielen. Und das ist jetzt quasi schon der dritte Anlauf, das aufzunehmen. Und ich habe beim ersten Mal komplett Englisch gelesen, beim zweiten Mal habe ich eine deutsch-englisch Mischung gelesen. Und jetzt will ich es so machen, dass ich es halt mir Zeit lasse und das auf Deutsch übersetzt, zwei. Die ganze Zeit Englisch lesen, geht mir irgendwie auch im Zeiger. Beziehungsweise, ja, es soll ja ein deutschsprachiges Let's Play sein. Und wer englischen Content will, der kann zum englischen Content Creator gehen, aber ich habe mich explizit gegen englischen Content entschieden. Hey! Irgendein Mädel rennt herum auf der Straße. Arme gehen von A nach B, hauen sich durch. Man weiß nicht, was sie will. Ist sie auf Speed? Ist sie auf Crack? Was ist da los? Das ist jetzt so mein Komendierstil. Ich werde es nicht ganz übersetzen, sondern ich werde ein bisschen meine eigene Story da erfinden. Dieses Mädchen ist Sayori. Ich meine Nachbarin und gute Freundin, seit wir Kinder waren. Wie süß, Kindergartenfreund ist. Ist die, der, die Art von Freund, wo man weiß, okay, auf die kann ich mich verlassen. Wir sind immer zusammen in die Schul gegangen und so. Ja, aber das hat sich ein bisschen geändert, als wir in die Oberstufe gekommen sind, weil ich da immer wieder All-Nighter gepullt habe. Genauso wie jetzt auch. Aber sie ist wirklich eine Aufdringliche. Also, taugt mir ehrlich gesagt nicht. Aber ich bleib halt stehen und warte auf sie, weil, weißt du, man kann die, man kann sie, man kann sie nicht wirklich da verletzen. Ich seufze, ich bleib stehen und warte, bis sie zu mir aufschließt. Haha. Ich hab schon wieder verschlafen. Aber ich hab dich diesmal gefein. Abfangen. Mädel, ich glaub, das ist nur Deathwing so, weil ich gestehen bleiben bin und gewartet hab. Ja, ja, ja. Als würdest du mich ignorieren wollen. Das ist so gemein von dir, Mandingo. Nur weil du einen 30 cm wieder Kock hast, weißt das nicht, dass du mich so beahnen darfst. Erstens, Stranger Danger. Zweitens, wir sind kein Badl, okay? Also, wir sind kein Badl Frankfurter. Okay. Aber du hast auf mich gewartet. Das muss man dir zugute halten. Ich glaub, du kannst einfach nicht gemein sein. Selbst wenn du es wollen würdest. Whatever, man. Haha. Wir gehen zusammen über die Straße und machen uns auf den Weg zur Schule. Während wir näher kommen, werden die Straßen immer voller mit anderen Schülern. Übrigens, Mandingo, hast du dich schon für einen Club entschieden, weißt du? Partyhard und so, mit den Arabs? So ein Club, so Dance und Alkohol und so, weißt du? Ich bin nicht so der Club-Geher. Ich muss ehrlich sein, saufen ja, aber eher im kleinen Kreis. Nein, 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 nein. Das meine ich nicht. Ich meine so Clubs, wie es in Japan gibt, verstehst? So, weißt du? Wo man so die Interessen teilt und dieses Zeug. Du weißt, was ich meine, oder? Ach so, so ein Club, dann sagt es, ja, pfff, kein Plan. Ich hab jetzt nicht wirklich Hobbys und so, also weiß ich nicht. Ich zocke Games, hobel mir gerne einen, schau Anime, bin so der typische Virgin-Faggot, der so daheim sitzt und so. Okay, too much info. Ich glaub, du hast keine sozialen Fähigkeiten. Es ist 2020 und du sagst immer noch Neger, das geht gar nicht. Das ist racist as fuck. Und du warst schon oft genug beim Direktor, deswegen. Aber du vertraust mir, oder? Ich werd aus dir noch einen vollen Babo machen. Die Seiten werden auf Null sein. Du wirst sowas von Flyer ausschauen. Keine Sorge, wir machen das. Okay, okay. Dann gehen wir halt zum Umstyling und dann gehen wir dann in den Club. Nein, du hast mich komplett falsch verstanden. Okay, vergiss es. Geh mal einfach in die Schule. Okay, whatever. Ich hab dir nicht richtig zugehört, ich bin ja grad nebenbei auf Insta. Ach, halt doch, halt doch die Goschen. Ich weiß nicht, warum sie mir immer noch in den Fersen klebt, weil, ehrlich gesagt, mich hat ziemliches Urschloch. Der Arschloch-Effekt, der Cost-Average-Effekt, der Doppler-Effekt, irgendein Effekt ist es, welcher wissen wir nicht. Sie übertreibt immer, was der ganz normale Schultag, Lehrerin poppelt in der Nase, Geodreiecke fliegen durch den Raum. Anime. Sayuri? Was zur Fick machst du hier? Das ist doch nicht deine Klasse. Sayuri ist einfach in die Klasse gegangen. What the fuck, was sie sich erlaubt. Ich glaube, sie kann überall herumspazieren, nur weil sie ratet ist. Ich glaube, du bist ein bisschen deppert im Schädel. Du bist sogar ein bisschen blöder als ich. Du musst nicht mit mir warten. Du kannst auch in deinen eigenen Klub gehen. Also, Sayuri, ganz ehrlich, also. Ist mir eigentlich wurscht. Verstehst? Da tust du immer so, als würde es mich großartig interessieren, was mit dir ist, aber. Ehrlich gesagt, gehst mir ein bisschen am Arsch vorbei. Okay. Verstehst? Du könntest in meinen Klub kommen. Verstehst? Bitte, Sayuri, ich habe keine Schere auf dich. Ich werde sicher nicht einem Klub beitreten. Es tut mir leid. Es interessiert mich null. Ich weiß nicht einmal, was du für einen Klub hast. Rainer, du bist so gemein. Verstehst? Ich verstehe nicht, warum ich immer noch mit dir abhänge. Sayuri ist der Vizepräsident. Ist die Vizepräsidentin des Literaturclubs. Literaturclubs. Das ist ja zwar nett, wo sie einmal ein bisschen Buch in die Hand genommen hat, aber okay. Sie ist ein bisschen eine Attention Bitch und ich glaube, sie hat sie nur gemacht, damit ein neuer Klub einmal versteht. Ja, sie ist der Vizepräsidentin, ich glaube, sie ist important und so. Also, ja, ich gehe jetzt in den Anime-Club, also, wenn du noch etwas brauchst. Bitte, die Tattoo ist so cool. Warum ist es dir überhaupt so wichtig, Sayuri? Ohne Scheiß, also, who cares? Also, Club hin oder her, wir sehen uns immer noch nach der Schule. Ich habe den Club versprochen, dass ich einen neuen Typen da hört, sie sind alle horne jetzt nach der Corona-Krise und Stuff, also, Sayuri, bitte halt einfach die Kauschen, du redest so viel. Du redest so viel und sagst so wenig. Okay, ich esse ein Cupcake, es wäre besser, wenn da ein THC drin ist, wenn nicht, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen bummed out, ich sag's dir, wie es ist. Wenn er gut schmeckt, sind wir noch freund, trotzdem. Also, okay, let's go. Jo, das ist die erste Folge, aber mehr Druck geht nicht durch. Danke für das Zusehen von diesem Retarded Let's Play. Ich save das in Slot 3 und quitte.